Hallo Leute, Mann! Junge, meine Anwort schon wieder. Das ist wirklich das Projekt. Das ist so ein richtiger Kampf in diesem Projekt. Immer die Anwort, dass die nicht schief geht. Das klingt nicht. Hallo und herzlich willkommen. Junge, du hast von uns auch noch in meiner Anwort so, ja, ich hab deine Anwort gekriegt. So richtig glücklich, Junge. Junge, ich hab 16 Eier. Ich hab 2 Stacks Eier. Ich bin hier gerade einmal reingesprungen, ja? Geil. Leute, heute, machen wir heute. Ich muss Red'n Kuchen backen und für das muss zuerst mal das Zucker hochwachsen und das wächst mir nicht. Ich muss den Re-Life backen, ja? Oh! Das wäre eigentlich eine Fahne. Ich bin ja bekannt worden. Oh, nee, hier sind zwei Grüne ausgebrochen. Och, Reds. Ja, das macht's jetzt nicht besser. Oh Gott. Ähm, naja, ich würd sagen. Naja, ist denn sie tot? Ja, durchaus, aber Mikey, lass uns mal nach unten gehen. Wir waren lange nicht mehr unten. Wir waren lange nicht mehr bei den Kribbers. Hast du Zäune, Eisenzäune gemacht? Nee, die waren... Wo sind's am Eisen? Nee, die hatten wir von dem Dungeon, also von dem... Aua. Nein, ich muss noch kurz in die Kiste. Ich hab noch Wertvolle... Ich hatte noch alle Dias dabei. Ja, wahrscheinlich. Ja, hast du Dias dabei. Ey, wer es glaubt, wird selig. Ich will aber kurz meinen Loot noch reinmachen, sonst, wenn ich unnötig verrecke, ist es unnötig. Ach, hätt ich nicht gedacht. Okay, ich bin ready, Red. Aber ich muss es wieder essen, weil ich kein Leben habe. Wegen Gear. Au, voll ist einfach noch Eisen in der Wand. Aua. Oh Gott! Ich werde fast drauf... Jo, hier unten ist ja super viel am Rand noch freigeschaltet. Ja, ich weiß. Oh nein, der Silberfisch-Sporner. Nein. Wieso ist der wieder da? Der Sporner! Der ist... Nein, der ist jetzt erst freigeschaltet, weil die Border ja noch kleiner war vorher. Ach so, stimmt. Oh nee. Der Silberfisch. Aua. Ich wäre einfach ein Villager. Wieso hätte ich ein Villager? Die Schubsbrüche aber... Äh, was? Alter, ein Villager. Das wäre übel geil. Dann können wir... Können wir aber nicht einwerfen, den Goldapfel. Aber wir können einen machen. Was können wir machen? Ich bin Stark. Nichts. Geil. Okay. Was machen wir jetzt hier? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich will auch hoch. PayPal. Ach, sie haben 3,99 Euro an Steam bezahlt. Stimmt. Stimmt. Oh shit, Sherlock. Aber wir brauchen doch gar nicht mehr so viele Ender-Augen dann. Äh, nee. Ich glaube, wir brauchen gar keine Ender-Perlen mehr. Ja? Wie viele brauchen wir denn dort? Wie viele fehlen denn dort, Mike? Können Sie das mal bitte sagen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben nämlich fünf Ender-Perlen. Wir brauchen nämlich keine Ender-Perlen mehr. Das ist schon mal was Wichtiges. Ja, wirklich. Da bin ich froh. Oben ist auch noch Eisen. Ja, Bau Eisen und Redstone und Gold brauchen wir alles. Dann könnten wir uns endlich mal eine Eisenrüstung machen. Wir können auch hier endlich mal den Chunk weiter ausbauen. Weil, weißt du, hier unten ist ja jetzt wieder Platz, ja? Stimmt. Vielleicht finden wir noch mehr Dias. Das wäre wichtig. Das wäre echt wichtig. Gezogen, weil es war mir viel zu warm. Ja, das ist wirklich halt echt warm. Ich habe aber gar nicht gesehen. Also, hast du jetzt Dias nochmal? Ja, ja, noch ein Dias. Also, vier Diamantärzte sind hier. Oha. Okay, aber dann... Dann warten wir jetzt halt wirklich noch, bis wir die Verzauberung haben. Und dann bekommen wir ja richtig geile Dias. Ja, wir brauchen halt einfach nur einen Amboss. Amboss und Verzauberungstisch, damit wir gucken können. Vielleicht kriegen wir auch so zwei, dann haben wir drei so, ja. Wieso? Willst du einen Verzauberungstisch, ähm, Amboss? Na, wenn wir ein Glück-2-Buch haben. Achso, du willst es direkt auf dem Buch verzaubern. Nein, wir haben schon ein Glück-2-Buch. Achso, lol. Wir hatten aber aus der einen Kiste ein Glück-2-Buch. Achso, ja, dann brauchen wir ja nur einen Amboss. Scheiß auf den Verzauberungstisch. Ja, aber... Wenn wir über einen Verzauberungstisch Glück-2 auf der Spitzhacke schon drauf, oder Glück-3 sogar, dann können wir nämlich einfach aus Glück-2 mit dem Glück-2-Buch dann auch noch Glück-3 machen. Dann haben wir noch einen höheren Glück-Faktor, ja. Stimmt. Deswegen, das ist meine Intention halt, ne? Das ist einfach nur Absidia, ein Rundungsgrundgestein. Ich geh mal kurz hoch und hol die Diapicke. Ich bin zu verdächtig. Das tut... Boah! Nein, Kay! Leute, ey! Wie bin ich denn gerade gestorben? Jungs, wieso bist du das so großartig gefallen? Hä? Hä? Wieso bist du schon wiedergebrochen? Hä? Ich kann ja nicht mehr runterspringen. Ah, Gott. Hast du das Wasser von uns weggemacht? Ah, doch. Ö. Ich versteh's nicht. Ich lebe. Oh Gott, das ist alles verbrannt, Junge. B, du springst auch noch Diamanten weg. Ich hab den Zombie-Villager gefunden. Das Einzige, das ich verloren habe, ist tatsächlich ein Wassereimer und mein Schwert. Drei Eisen und... Ne, das Eifen hab ich tatsächlich noch. Hä? Ich hör irgendwie viele Monster über uns in der Höhle. Wie sind da schon wieder so viel gespawnt? Der verstehst du auch nicht. Oder ist das die Höhle? Oder ist das... Oh Gott, ja, hier sind super viele Sachen. Aua. Ach, weil nicht ausgeleuchtet war in den Ecken. Ich muss wieder runter. Ich muss runter. Ich muss runter. Ich bin fast tot. Bin. Mein Gehen, wie kommen wir jetzt hoch? Da kommt ein Skelett mit Spohr um die Ecke. Hä, wieso? Ist das kaputt? Was ist kaputt? Das Skelett. Nice. Okay, ich muss jetzt auch wieder hoch. Hilfe. Oh Gott. Hä, wieso spawnen jetzt hier überall wieder Monster? Ja, weil dort oben sind jetzt wieder Sachen, die nicht ausgeleuchtet sind, die aber vorher außerhalb der Border waren, deswegen dort noch nicht spawnen konnten. Aber jetzt kann dort was spawnen, weil das jetzt in der Border ist. Oh Gott. Wir müssten... Oh Gott. Aua. Ich darf nicht sterben. Ich hab 15 Level, ne? Ja, stirb dann halt einfach nicht. Ich hab ne Idee, wie ich hochkomme. Scheiße, Leute. Wieso läuft jetzt ein Creeper lang? Oh Gott. Man hört wieder Explosionen. Fühlt sich doch schon wieder viel mehr zu Hause. Hab ich ne Fackel? Ja, ich hab drei Fackeln im Moment. Oh Gott, ja. Aua. Aua. Also die Dings, die Hühner sind auf jeden Fall heftig am Bumsen, Alter. Wie bist du jetzt da hochgekommen? Ich bin auf hochgerannt. Ich hab kein Essen mehr. Und ne Hälfte Leben. Wo ist der Weg nach oben? Ah, da. Oh, da ist ein Skelett im Weg. Jetzt hab ich weggekrittet. Oh ne, das snipet mich einfach das andere. Aua. Hälfte dich. Ist das H-Team, Alter? Das denkt auch, das ist Hitman, Alter. Jetzt haben wir wieder das Monsterproblem, Junge. Da kann sie, weißt ihr genau, wie die Folge heißt? Die Monster sind zurück. Ja. Boah, ich hör die Hühner einfach nur. Ich hab elf Eisenerz. Wieso steht hier ein Zombie-Picklin? Wo? Ja, einfach so. Ja, der Fichtenbaum ist gewachsen. Finally. Richtig motiviert. Wohl, Junge. Hast du mir noch eine Karotte? Oder zwei, drei? Nee, ich hab keine mehr. Ich hab alle gegessen. Ich ernähre mich grad. Bist du ernähren wie jeder von verrottetem Fleisch? Da war Hühnchen im Ofen. Wo ist das Hühnchen, mein Kind? Das hab ich in die Kiste gepackt. Irgendeine, keine Ahnung. Hier, hier, vier Stück. So. Oha. Jetzt gibt's... Ja, ich komm gleich Schweinchen. Ich komm gleich, Manu. Jetzt gibt's wieder neue Schweine. So, gönnt euch. Und hier, Always Crafter und Simon auch noch. Alter, flotter Vierer hier. Boah, guck mal diese Hühner einfach. Ich hab gerade... Oh Gott, ich hab viel zu viele Eier. Ich hab ein Fichtensetzling bekommen. Wieso ist hier ein Hund draußen? Ich hoffe, das glaub ich auch. Jiga, ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stacks Eier. Ja, das ist... Die Sache können wir halt nicht essen. Deswegen mach ich jetzt mal etwas Neues. Wieso kann man keine Spiegeleier machen in Minecraft? Oh, ich hab gerade eine Hühne mit einem Eiermord. Michael, wir tun jetzt was wir ein bisschen hier, ne? Alter, sind das Fichten, ne? Jetzt gibt's Cheekennuggets. Aber nicht du. Ich hab eine Splünderungsclown für Sting. Da kriegst du doch optimal viel Zeug raus. Splünderungsclown... Kann nur ein bisschen dauern. Ja. Geh du einfach mal raus und ich tu hier mal ein bisschen Hacken. Finde ich gut. Aber warte, jetzt wollen die dann abhauen. Geh bitte hier zu sein, du Hühnchen, kleines. Scheiße. Also, Junge. Du mein Leid, ich wollte dich nicht hauen. Tja, wir haben wenigstens erst ein bisschen was zu essen, ja? Ja, das stimmt. Weil Plünderung 3 ist schon wichtig. Ich glaube, wir haben auch nicht umsonst... Richtig und, oh Gott. Richtig. Ja, ich denke, wenn wir das schon sozusagen geschenkt bekommen, sollten wir es auch usen. Ja, das ist sowieso. Was ist jetzt so? Kannst du die Schweine aber nur zugucken. Ja. Was passiert mit euch? Nein, was passiert mit euch natürlich nicht? Wir können die nicht mal anrufen. Nee, das können wir wirklich nicht. Das Zuckerrohr ist gewachsen. Oh mein Gott. Ey, wir müssen dann aber so eine Bahn bauen für Paula. Die kann dann hier die ganze Zeit so ein bisschen um die Map fahren. Ja. Dann so ein bisschen... Hattest du eigentlich noch Sachen bekommen, als du hier drin warst? Wenn ja, droppte ich mir mal. Ich würde mal gucken, wie viel wir jetzt haben, wenn ich hier ein bisschen geerntet habe. Ja, irgendwie drei Chicken oder so habe ich bekommen, aber nicht viel. Ich bin auch Level 18 einfach, ne? Ne, moin. So, ich glaube, das reicht dann gleich. War noch ein paar. Ja, doch, das ist schon wieder angenehm viel. Ist auch mal eine Lärbelästigung, ja? Ja, wirklich? Vielleicht wäre der auch Lärbelästigung, ne? Ja, wirklich schon bald. Weil die Kleinen werden halt auch wieder große und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ich hier so ein paar mehr große umdrehe. Gut. Solange wir noch mindestens drei haben, würde die Folge erst mal enden, wenn wir das Chicken gesehen haben, wie viel wir jetzt haben. Okay, Red will das noch sehen, dann warten wir noch kurz. So, das ist auch noch hier. Das ist auch noch im Weg. Und hier das eine große auch. Wir lassen noch eine Hähnchenmutter, eine Mutter lassen wir. Ja, guck mal, die sind alle bei ihrer Mutter. Alter. Ich habe jetzt insgesamt ein Stack, zwei Stacks, zweieinhalb Stacks, also zwei Stacks und 31 rohes Fleisch. Oh mein Gott. Zwei Stacks und 16 Federn. Nicht schlecht. Leute, das kann ich nicht sehen lassen. Für das müsst ihr schon ein Like und ein Abo da lassen. Wenn ihr zwei wirft, das hier noch mit Eier. Na, perfekt. Leute, das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Schaut auf beiden Kanäle vorbei. Nächste Folge ist wieder bei Red. Wie gehabt. Ja. Wie gehabt, Alter. Lasst Liebe da. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.